Endlich habe ich für euch mal wieder ein interessantes, günstiges Messer und zwar das Wolfgangs Aufbruchs- und Jagdmesser. So wird es zumindest beworben. Schauen wir uns doch mal zusammen an, ob es was taugt. Ja Freunde, ich freue mich immer wieder Messer neue in der Hand zu haben, obwohl ich eigentlich keine mehr bräuchte, sagen wir mal ganz ehrlich. Aber dieses wollte ich mir mal unbedingt angucken und deshalb habe ich es bestellt. Wir gehen bei diesem Messer, dass ich euch einmal ganz kurz in die Kamera halte, da wackelt die Kamera. Das ist das gute Stück. Gehen wir jetzt einmal durch die harten Fakten einmal durch. Wir haben hier einmal namentlich das Wolfgangs Wunter Aufbrechmesser und Jagdmesser. Zur Jagd übrigens und zum Aufbrechen kann ich rein fachlich nichts sagen, da ich kein ausgebildeter Jäger bin. Ich kann das Messer nur allgemein auf seine Outdoor-Tauglichkeit und Schnitzfähigkeiten etc. bewerten. Wir haben einen momentanen Preis von etwa 16 Euro im Angebot bis eher 20 Euro im Normalbereich. Da guckt mal selber gerne unten in die Videobeschreibung, in die Links, die ich euch da reingepackt habe. Das sind natürlich Affiliate-Links von Amazon, bei denen ich Prozente bekomme, wenn ihr danach etwas bestellt. Danke im Voraus. Das Messer gibt es in verschiedenen Farbauswahlen. Wir haben jetzt hier das Messer in schwarz. Es gibt aber auch orange-schwarz, komplett orange, falls ihr zum Beispiel eher eine Mora-ähnliche, eine künstliche, besser sichtbar im Laub-Ästhetik haben wollt. Das Messer hat eine durchgehende Klinge und ist aus einem 420er Stahl. Schneide ist eine ganz klassische Flachschliffweise. Die Größe vom Messer liegt bei etwa 26 x 8,3 x 3,9 cm außerhalb der Schale natürlich und wiegt dabei 320 Gramm. Der Gummigriff wird als TPE-Material beworben. Ich weiß nicht, was das ist. Es fühlt sich aber gut an. Die Klinge selbst ist 11,5 cm lang und fällt damit natürlich unter die legal führbaren Messer für jedermann. Natürlich nicht überall, aber an den meisten Orten, an denen man so draußen unterwegs sein kann, weil es ein feststehendes Messer ist. Die Klingenform wird als Clip-Point beworben. Damit ist wahrscheinlich diese Art von Verdickung hier gemeint und dass hier unten sich die Klinge sozusagen nicht verjüngt, sondern einfach eingecoolt ist. Wie ihr sehen könnt, ist natürlich die Klinge komplett brüniert, wie man so sagt, geschwärzt etc. Und das macht aus dem Messer ein voll schwarzen Messer. Wir haben hier die Schalen. Die haben hier noch so ein schönes Logo. Das finde ich sehr gelungen. Eine griffige Oberfläche. Sehr gut. Hier oben drauf ein paar Riffeln, damit ihr da auch ein bisschen Widerstand habt mit eurem Daumen. Gleichzeitig haben wir hier unten einen kleinen Abbrutzschutz, damit man da nicht einfach so beim Schnitzen reingreift. Hier hinten wurde eine kleine freie Stelle gelassen. Das heißt, hier ist der Griff nicht mehr drum, sondern hier ist dann das brünierte Stahl, damit ihr damit irgendwas aufschlagen könnt, wenn ihr es wollt. Beziehungsweise hier ist ein Loch für ein Lanyard. Die Scheide ist eine ganz klassische Kunststoff-Clip-Scheide. Klack, rastet ein. Wie bei jedem Mohrer hat hier oben einen kleinen geriffelten Part, damit ihr da mit dem Daumen draufdrücken könnt, um so das Messer rauszuziehen. Und hat hier hinten noch einen Gürtel-Clip. Noch ein paar kleine Worte zur Lieferung. Das Ganze wird an einem schönen, wertig wirkenden Pappschuber geliefert. Da drin ist noch ein kleines Poliertuch mit drin. Außerdem noch verschiedene Karten. Unter anderem eins, wo man sein Feedback geben kann, falls irgendwas einem nicht gefällt und etwas ähnliches. Außerdem sagt die Firma Wolfgangs, dass sie einen Teil ihres Umsatzes an die Kinderkrebsstiftung in Deutschland spenden, für alle, die das interessiert. Aber das sind die ganzen schönen Daten, Fakten und alle Nettigkeiten drumherum. Kann das Ding denn überhaupt schneiden? Das ist ja das, was uns alle mehr interessiert. Das ist jetzt ziemlich altes, abgelagertes Holz. Aber wir kriegen da ohne Probleme was rausgeschnitzt. Und wir können auch versuchen, etwas feiner zu werden und hier kleine Späne erzeugen. Das Messer kann also ohne Probleme schnitzen, auch kleine feine Sachen machen. Und durch die durchgehende Klinge und mit einem standardisierten 420er Stahl ist natürlich auch Batonieren möglich. Das ist natürlich die Frage, es gibt besseren Stahl. Aber wir haben ja schon den Preis gesehen und dafür ist das absolut angemessen, wie ich finde. Dieses Messer habe ich übrigens aus einem bestimmten Grund rausgesucht. Denn es ist das Nummer 1 Bestseller-Messer in der Amazon-Kategorie für Jagd, Sport und Outdoor-Sport etc. Das heißt natürlich nicht, dass zum Zeitpunkt, wo ihr das Video guckt, das immer noch so ist. Das schwankt ja immer ein bisschen hin und her. Aber ich dachte mir, das ist interessant, das schaue ich mir mal an. Das haben ja schon viele Menschen sehr gut bewertet. Ich wollte einfach mal wissen, ob es gut ist. Natürlich ist das kein High-End-Messer. Das darf man einfach nicht erwarten für den Preis. Es gibt bessere Stähle, es gibt auch ein bisschen bessere Griffe, noch die ergonomischer geformt sind und ähnliches. Aber mit dem Preisbereich bin ich überrascht, was man da mittlerweile machen kann. Zum Beispiel war bei einem kleinen Deal, das ist für mich knapp 16,50 Euro, glaube ich. Und das ist schon sehr, sehr wenig Geld für dieses Messer. Das ist, finde ich, noch mal ein bisschen besser in der Gesamtkomposition mit der Scheide als so ein typisches Mora-Messer. Es fühlt sich noch mal ein bisschen wuchtiger an. Kann natürlich jeder für sich selbst entscheiden, was ihm da lieber ist, welche Form vom Messer, welche Klinge. Ich bin sowohl mit Mora als auch mit diesem Messer zufrieden. Und ich würde es euch weiterempfehlen, wenn ihr auf der Suche seid, nach einem schönen, feststehenden Messer für einen günstigen Preis. Und das war es auch schon, meine Freunde. Ich hoffe, diese Review hat euch gefallen. Schaut euch gerne nach weiteren Videos von mir um. Die werden euch natürlich von YouTube vorgeschlagen, als auch jetzt gerade im Abspann. Klickt da gerne drauf. Und ich hoffe, wir sehen uns dann bei den nächsten Videos. Bis dahin. Tschüss, tschüss. Tschüss.